die hat mich ganz nett vergiftet konnte ich mal regenerieren ich hatte auch gerade vergiftet spawn killer verdammte scheiße ich hasse abgründe ich hasse sie ich finde sie genial alle und sind voll overpowered du hast nur noch als Enderman Chance Enderman ist scheiße da hast du nie ein Dings guck mal Dennis jetzt die ganze Zeit AFK ist nein ach er ist runtergefallen naja ich kenne jetzt mal das das mich am meisten nervt mich die Hexe ich habe leider keine Flammenverzauberung tut mir leid ich kann sie nicht verbrennen post of healing strength scheiße alter leck mich doch als mal wie verschluckt die Hexe die Hexe ist bestimmt nebenberuflich auch noch was anderes wirklich Leiners ich sehe dich nicht ich muss rejoin da hat irgendwas die Hexe geschlagen hat ich habe die Hexe ist ja geil ey wie geil ist das denn ey da hast du mir grad zu leben gerettet danke Daniel bitte fall runter du Hexe du Hexe einer Hexe wieso mach ich da keinen Schaden Hexe macht gerade den Boden rum oder? endlich ist er weg da ist ein unsichtbarer Erdblock der da rumfliegt Dennis oder Leiners ich habe Erde weggeschlagen ich baue die Erde nur hin du bist unsichtbar warum bist du unsichtbar? wieso bin ich wohl unsichtbar he? tot ach du bist schon draußen? ja ja danke Jo bin ich auch tot bitte 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 nein das Dachenleben ich habe noch nicht deine er aufdorfen oder zu spawnen wieso die Nerven so schön eben ist da und da du bist so still sagt was du es langweilig belustige mich It's raining man hallelujah it's raining man und so weit und so fort ich keinen Text nicht ich kenne nur das Fliegen die Abblöcke sind so realistisch ja ich bin tot ich bin tot der Anzeige hat sich nicht aktualisiert du bist nicht tot Dutch Wecken ist tot nein ich hab noch zwei Leben und Deines auch Ach Deines hat noch zwei Leben und hätte mehr als ich oh mein Gott ja der war die ganze Zeit AFK hab ich doch gesagt der AFK hat die ganze Zeit rum weil er sagt er hat irgendwelche Probleme und dann stoppt er den Sieg auf ja warum hältst du Texture im Kampf du bist auch nicht grad schlau das hat mich genervt das hat mich genervt das ist ja auch ne nerwege ich AFK jetzt auch gleich und wart bis ihr euch fertig gemacht habt und dann join ich das Wohl sterben da ist der in your face bitch das wird langweilig oh ey leck mich doch danke zum Glück durch Zwiftes Trank was macht Zwiftes schneller so und hier so sieht es hinter den Kulissen aus nicht draußen ja ich hab gewonnen ich bin jetzt ich bin ins leere gerannt da oben stirbt einer ja das war ich boah ich flieg ja noch ne ich will nicht gelb all diesmal nehmen wir Ende ach das mit dem Bilderchen ist voll schön gemacht danke ich hab noch nicht mal ne äh äh ausgewählt echt jetzt ja du bist ein Idiot weißt du das nein denn steht doch da ja und ohne alles gib mir ein Diamantschwert da hast du keinen Schutz aber irgendwas überpowertes gib mir okay Daniel ja ich seh leines nicht leines warte mal kurz warte mal schnell leines okay alter Slash OP so du kannst unten ne Leder zu dir deiner Worte und unten ne Lederrüstung kannst du ne volle Grab holen also ja Lederrüstung dann hast du nämlich auch noch mehr Rüstung als wir alle weil wir haben ja noch einen Kopf Moment warte ich mach Leder weg und ja und noch Eisenschwert oder sowas du willst kein Eisenschwert ich such mir noch einen schönen Kopf aus äh nimmer doch das da okay ihr seid langweilig so T Slash Game warte doch mal ja ach ja ach ja ich hätte ich wollte mehr Pfeile vielleicht ja ich hab nur einen Pfeil gemacht weil ich dachte es reicht aber nein oh du älter Maut okay jetzt mach bist du auch erst erweiter? ja okay fast das ist von kurzem aber ich wollte auch gar nicht hier hoch geht es ist da los auch Supersprung ja Örsche alter 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 ja ja nicht mehr ich will jetzt schon wieder alles oder nein oder auch jetzt auch wieder Spieler wählen okay recht ja ich leine es nicht dann nehme ich da ist ein das ist immer nur für eine Verbindung so so das da kann weg und das da drauf das da kann auch erstmal nach oben ähm dann noch das da da hin und das da hin ok ähm wo seid ihr? äh Ende Alter ach ich hasse es Hilfe Hä wo sind ja wo sind denn wir? Hä wo waren wir gerade? Alter ihr seid alle in einem Teil glaub ich denn ne ich bin jetzt wieder auf der Map ja auf jeden Fall Daniel und Daniel ich schlag hier irgendwie zusammen ooooh das war das also was Dennis Wollen kaputt gemacht hat was könnt ihr eigentlich? könnt ihr nicht mehr gescheit spielen? dann hüpf mal dann hüpf mal da haben wir so ein Abgrat und die Musik passt aber dazu einmal mit mal kurz Zombie hilf mir hä 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 idiot und wo ist jetzt Dennis? ja Dennis ist immer noch da aber der hängt nirgendwo in den Gang dann hüpf mal ich hänge bei den Pistons fest soll ich die Maprecher nochmal neu draufziehen? Nö, 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 also ich hab kein Problem damit. J, was machst du denn? Ich? Ich hab nur Musik angemacht für mich. Hört man ja gar nicht. Ja. Soll ja auch akzeptabel lautstärkisch sein. Ja, guck, jetzt ist der schon wieder AFK und spielt schon wieder nicht und am Ende saubt es Staubt und Sieg ab. Warte, soll ich mal schnell die Map-Deut draufziehen deines? Nein. Das ist so wie ein gewisser Bekannter beim Fußballspielen. Mit dem Sieg abstauben. Elli, ich spring nie wieder. Ich baue mich jetzt raus, gell? Nein, du machst jetzt Map kaputt dann. Oh, was kannst du eigentlich nicht? Spring einfach, spring einfach. Kannst du mich mal bitte schnell offen? Ja, ich bin schon, da kann ich nichts machen. Damm, damm, damm. Alter, ich krieg die ganze Zeit Schaden von ihm. Von wem? Von Linus? Linus, ja. Nee, da komm ich gar nicht drauf. Ich hab keine Rechte mehr, oder? Nein. Natürlich nicht, du baust eh nur Mist. Schnauze. Ich baue nicht nur Mist. Okay, dann baust du eben auch Scheiße. Nein, ich kann nichts dafür. Daniel hat mich ja nicht mehr auswählen lassen. Ja, wenn du immer so lange brauchst. Du bist immer als Letzter. Wie will man mit euch beiden spielen, hä? Nicht meine Schuld. Meine auch nicht. Wieso springst du so hoch? Ja, ich hab... Vier. Null. Mann, nee, zwei. Egal. Egal, das passt. Battlefield-Team zur Schlachtfeld-App. Das sind alles Schlachtfeld-Apps, oder so ähnlich. Ja, schon, aber ich mein generell. Oh, feiert es dann. Ja, darf ich. Spray on, spray on, spray. Ave Maria, eh. Ave Maria, eh. Ich ziehe da nachmalen die Map nochmal neu drauf. Boah, so gut nehme ich auf. Das hätten wir jetzt diese ganzen interessanten Themen hier nicht. Aber das ganze schöne Bild. Das wäre jetzt episch, wenn du eine ganze Zeit verstehst und dann am Ende, wenn die alle nur noch ein Herz haben, dann rauskommst. Wie so hat mich das Leim gekillt? Das legen wir es nicht. Ja, ich hatte... Ich hatte... Also... Oh. Ich tötte mich jetzt. Das trackt von Out of the World. Verlasst mal alle den Server schnell. Warum? Liebend gern. Ich nehme es schon 42 Minuten auf. Ich habe keine Ahnung, wenn ich aufnehmen will. Hinten, hinten, das ist gut. Zurück habe ich meine und deine IP gehittet. Dann kann es keiner sehen. Löschen. Ja, super. Die Kampffeldmusik. Da-da-da-da-da! Hier passiert rein! Gar nichts, Leute! Boah, eine Nachricht. So, was nehme ich denn? Hör die vor. So, es war was wieder da. Alter, Leine, du willst aber nicht die ganzen 42 Minuten nach hochladen, oder? Ja, doch. Ich muss. Warum musst du? Leine, du willst mich aufnehmen? So, jetzt könnt ihr von mir aus machen, was ihr wollt. Also, ich bin da... Ja, Leine ist es noch nicht drauf auf dem Server. Alter, mit default habe ich weniger FPS als mit Texte-Deck. Ach was, das ist eigentlich gleich geblieben. Nein. Guck mal, 20. Ich hatte davor 30. Lass es. Entschuldigung. Hey! Guck mal, hier steht Regeln. Spider-Line. No killing until the game begins. Ach ja, soll das mal eine E-Send-Runde machen? Nur in der 5 spielen? Nein! In 5 ist doch scheiße. Ja, eben. Deswegen. So ein bisschen Spaß halt. Nein. Alter, ich muss wegs... Wenn ich hochspringe, verzerrt sich die ganze Zeit die Sicht bei mir. Bei mir ruckelt es gerade ein bisschen zu stark. Alter, mein CD-Laufwerk. Alter. So, jetzt. Dadadadam. Ah ja, oh ja. Viel besser, viel schöner und viel besser. Und... Alter, der Boden... Wer ihr nehmt, ist Stronghold. Ja, nee, Mushroom Island hatten wir noch nie. Doch, nee, nicht Mushroom Island. Ja, das hatten wir aber noch nicht. Warum steht hier nicht? Ihr steht gar nicht da. Nein, steht nicht da. Ja, doch. Ja, jetzt steht ihr bei. Jetzt steht ihr da. Ja, ihr seid beide Spinne. Ihr seid super. Warum habe ich gerade ne Skype-Nachricht bekommen? Weil du's kannst. Oh toll, es bleibt nicht Markus voll. Super. Damit bleibt er ja nie voll, zum Glück. Nicht aber. Warum denn? Keine Ahnung. Okay, es ist doof, wenn du springst. Was für den Rage hast du bitte? Ja, ich... Ich wusste... Ich hab die ganze Zeit gesehen, wo du hinspringst. Ich hab die ganze Zeit gesehen, wo du hinspringst. Vielen Dank.